Mit Kuhfuß- und Schraubenzieher. Der gute alte Einbruch kommt wohl aus der Mode. Alles, was man sehen kann, ist die Flüssigkeit, die außen herunterläuft, gegebenenfalls Lachen bildet. Alles andere wird im Schließsystem des Schließzylinders passieren. Es löst sich buchstäblich auf. Erst die herbeigerufene Polizei klärte sie auf. Ein Einbruchsversuch mit Salpetersäure. Die Dämpfe, diese nitrosen Gase, diese braunen Gase, eröffnete sie zunächst eine braune Flüssigkeitsspur. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Erst die herbeigerufene Polizei klärte sie auf. Ein Einbruchsversuch mit Salpetersäure. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Und das ist die Tür. Die Tür ließ auf. Die Tür ließ sich bei der Tür. Die Tür ließ nicht öffnen Gase! Ja! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.